Wir sind in der Produktionsschule Spacelab, Spacelab Kreativ im 10. Bezirk. Also ich finde es sehr gut, dass es viele Einrichtungen gibt, wo man vieles machen kann. Und ja, es ist auch sehr einzigartig. Es gibt auch viele Sozialeinrichtungen, Jugendzentren, wo man einfach hingehen kann. Vielleicht die Jugendlichen einfach beschäftigen, dass sie nicht zum Beispiel jetzt irgendwo herumlogen. Da kommt man auf blöde Ideen einfach. Für die Zukunft der Stadt ist es unglaublich wichtig, dass die Leute, die es auch betrifft, wirklich dann mitsprechen. Dass sie ihre Erfahrungen einbringen können, ihre Ideen und ihre Vorstellungen, wie man ihn noch besser machen kann.